Hi, mein Name ist Nina Herrmann und ich möchte Ihnen in diesem Tutorial die Highlights unseres neuen Simatic RF360R vorstellen. Der Simatic RF360R kombiniert die Funktionen des Kommunikationsmoduls und des Readers in einem Gerät. Das ermöglicht einen platzsparenden und kosteneffizienten Einbau in jeder Art von industrieller Anwendung. Der Reader verfügt über zwei Onboard-Profinet-Schnittstellen für die direkte Integration in Automatisierungsumgebungen. Die beiden Ports und der Anschluss für die Spannungsversorgung ermöglichen den Aufbau einer Stern-, Linien- und Ringtopologie. Dies erfolgt über die bewährte industrielle M12-Steckertechnik der Simatic Ident-Produkte. Der RF360R ist so universell in Profinet-Applikationen einsetzbar und erreicht dabei einen Arbeitsabstand von bis zu 150 mm. Mit den von allen Seiten gut sichtbaren Power-LEDs können sowohl die bekannte Einrichtshilfe als auch die gewohnten Diagnosemöglichkeiten genutzt werden. Die integrierte OPC UA-Schnittstelle des Readers unterstützt erstmals die direkte Anbindung an Cloud-Applikationen über ein Industrial IoT-Gateway wie zum Beispiel Simatic CC 716. Dadurch ist eine standortunabhängige Bereitstellung der Daten möglich. Produktions- und Logistikprozesse können so optimiert werden, so dass Effizienz und Qualität deutlich gesteigert werden können. Auch eine herstellerunabhängige Kommunikation in der Automatisierung ist mit OPC UA problemlos möglich. Gerne können Sie sich auf www.siemens.de slash RF300 ausführlich über unseren neuen Reader Simatic RF360R informieren.